Hey Leute, willkommen zum Video der Adidas Ace Trans Unterschiede. Der Adidas Ace Trans sind die Torwarthandschuhe für die Saison 2016-2017 und unterscheiden sich vor allem durch die Schnittform. Das heißt, wir haben am Ende des Videos die Features, die bei allen Torwarthandschuhen zum Einsatz kommen und besprechen jetzt zuerst, was die Unterschiede sind. Unterschiede im Bereich der Torwarthandschuhe ist die Schnittform im Bereich der Finger. Das heißt, die Finger, alle drei, sind unterschiedlich geschnitten. Wir haben zuerst den Adidas Ace Trans Fingersafe Pro. Der Adidas Ace Trans Fingersafe Pro kommt mit einer Schnittform, die positiv gestaltet ist, bei dem die Nähte nach außen hingehen und so eine extrem große Fanghand entsteht. Als zweite Version haben wir den Adidas Ace Trans Fingertipp, bei dem haben wir einen Rollfinger, bei dem der Haftschaum um den Finger gerollt ist. Das heißt, hier kommt eine maximale Dämpfung zum Einsatz, die Dämpfung ist höher wie bei den anderen Torwarthandschuhen und danach folgt der Pro. Beim Pro haben wir das gleiche ebenfalls, nur ist es hier so, dass die Nähte nach innen gezogen sind. Man spricht dabei von Seamless Touch, das heißt, es kommen keine Nähte in Kontakt mit dem Ball. Die Nähte sind nach innen gezogen und man hat so eine extrem hohe Passgenauigkeit. Alle drei Torwarthandschuhe unterscheiden sich in diesem Bereich der Schnittform und haben ansonsten die gleichen Features. Das heißt, im oberen Bereich die Nova Zone Tech für maximale Griffigkeit, im unteren Bereich die Abrasion Zone zum Schutz des Haftschaums und im oberen Bereich das Skin-Material sowie die Punching Zone, die dafür sorgt, dass man den Ball schon bei der Forstabwehr besser kontrollieren kann. Unten im Video ist auch nochmal der Link, wo alle Torwarthandschuhe einzeln vorgestellt werden. Das war einzig und allein das Video zum Unterschied der Torwarthandschuhe. Wir können sie uns nochmal kurz im Vergleich anschauen. Das Pro-Modell, der Rollfingerschnitt und dazu der Fingersafe-Schnitt, das heißt, der positive Contact Maximizer. Solltet ihr Fragen haben, wie immer, nutzt die Kommentare.